Hi, ich bin LaBamba und ich bin Quaseltonia und wir sind die Schokofrösche und heute gibt es mal wieder eine Folge Schokotratsch. Wir freuen uns. Juhu. Und wie immer beginnen wir mit froschigen Namen. Ja, ich finde es cool, dass es wieder Spitzname durchgesetzt hat. I love it. Also nicht jeder zieht mit, ist mir aufgefallen, aber doch einige. Ja, wir haben ja auch gesagt, wenn ihr noch andere Vorschläge habt und es haben auch ein paar andere Vorschläge, aber zu denen kommen wir dann ja vielleicht gleich noch. Ja. Hallo, ich liebe den Podcast. Könnt ihr mir einen Spitznamen geben? Ich heiße Joelle. Joelle. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich heute auch ein bisschen albern. Ich lieb's. Aber irgendwie fällt mir da Scholle ein. Scholle finde ich gut, ja. Ich würde auf jeden Fall auch Jojo sagen, auch wenn das vielleicht eher, also muss ich immer an diese Sängerin denken. Kennst du noch Jojo? Oder einfach nur Jo? 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 Joy? Ich würde viel reimen. Ich würde sagen, Joelle, Noelle oder so. Oder, oh, französisch heißt auch Joelle, Noelle, frohe Weihnachten. Das würde ich dann wahrscheinlich immer sagen. Ich glaube, mir ist noch niemand begegnet, der Joelle heißt. Das wird höchste Zeit, würde ich sagen. Ja, also ich irgendwie muss, war meine erste Intuition Scholle. Da war doch schon mal einiges dabei. Und ich würde es gerne dabei belassen. Ja. Der nächste froschige Name ist Ben. PS, Benny Boy nennen mich schon alle. Das heißt, Benny Boy fällt anscheinend schon mal raus. Ich finde Benny Boy allerdings auch ganz witzig. Ja, bei Ben fallen mir viele Namen ein. Natürlich einfach nur mal. Benny geht natürlich immer. Ich habe die Bens, die ich kannte, immer Benjamin Button genannt, gerne auch. Ja. Oder Benji oder Benjo. Benjo finde ich auch witzig. Und Benplemplem. Okay, das wird jetzt abgefahren. Ich befürchte, dass viele Bens mit Benjamin Blümchen auch zu kämpfen haben. Deswegen schlage ich das jetzt aus Prinzip nicht vor. Ja, stimmt. Töre. Ja, wir wollten es nicht machen, Amber. Ja, ich wollte es jetzt machen. Okay. Dann habe ich noch einen. Und zwar, euer Podcast ist richtig cool. Könnt ihr mir einen Spitznamen geben? Ich heiße Hannes. Danke, Hannes, für deinen lieben Kommentar. Hannes, ich glaube, ich würde den Namen länger machen und einfach Johannes sagen, weil ich das witzig finde. Das ist doch wie ich Tim immer Timotheus genannt habe, weil ich irgendwie nicht akzeptieren wollte, dass man einfach nur Tim halt. Ich finde, wo mir jetzt gerade auch einfällt, zum alten Kommentar passt das noch von eben. Wir haben Tim oder ich habe ihn zum Beispiel auch Timmy Boy genannt. Ja, ja, genau. Das macht irgendwie Sinn. Ja, das macht total Sinn. Aber Timotheus habe ich auch schon gerne gesagt. Ja. Also für alle Tims da draußen. Ihr heißt gar nicht Tim. Ihr heißt Timotheus. Genauso wie alle Hannesse da draußen nicht Hannes heißen, sondern Johannes. Oder Han-Han. Hanni. Hennessey. Mir würde sonst noch einfallen Hanno. Ja. Hanni-Banni. Hanni-Banni. Das klingt alles nicht so richtig männlich, würde ich sagen. Hanni-Banni hatten wir safe auch schon, als wir den Spitznamen für Hanna überlegt haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es trotzdem so sagen würde. Ja, das finde ich auch okay. Mir kann ja keiner vorwerfen, wie ich das empfinde. Und wenn ich das als gut empfinde, dann werde ich das auch so machen. Dann freuen wir uns alle. Weil ich bin mir sicher, dass Tim nicht einverstanden war damit, dass ich ihn Timotheus genannt habe. Darum ging es ja auch nicht. Es ging nur darum, dass wir den Namen schon hatten bei einem anderen Namen. Nur das wollte ich ja nicht sagen. Ja, nee. Komm, aber die sind mehrfach anwendbar auf verschiedene Namen. Ich akzeptiere das auch vollkommen. Ansonsten würde ich vielleicht noch machen Hannes so. Oder was mir auch noch dann einfällt, weil es so schön klingt, ist Hannes Summ. Summ, Summ. Bähnchen Summ herum. Genau. Also da kann man viel draus machen, aus diesen tollen Namen. Ja, da war doch jetzt dann schon wieder einiges dabei, würde ich sagen, oder? Das stimmt. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir jetzt endlich mal eine Boys Edition hatten, weil wir haben, glaube ich, bisher immer nur weibliche Namen spitznamisiert. Ja, stimmt. Naja, gut. Aber wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Und natürlich machen wir das auch gerne weiterhin mit den Spitznamen, wenn ihr Spaß daran habt. Bevor es losgeht allerdings, habe ich noch eine wichtige Frage. Amba. Ja? Was machen deine Pflanzen? Meine Pflanzen? Hast du noch welche? Äh, ja. Ähm. Ich habe einen Basilikum, der ist, glaube ich, gestorben. Aber der steht noch, der steht noch als verstorbene Pflanze in deiner Küche, oder wie? Natürlich, klar. Als ein, noch so ein Mahnmal, was ich hier dabei habe. Als Erinnerung. Und dann habe ich noch, meine Grünlilie ist nicht so super. Da hat meine Mutter, die war letztens da auch schon gesagt, so, die sieht ja nicht so fit aus. Tut sie auch nicht. Aber sie lebt. Und dann habe ich ja noch dieses Ding von dir, dieses kleine Pfützchen. Das steht hier auch. Leben tut es, glaube ich, schon. Glücklich ist es nicht. Heißt nicht, was ich da falsch mache. Und diese zickige Pflanze, die ich da habe, die lebt halt einfach ihr bestes Pflanzenleben. Ja, ich glaube, vielleicht gesellt sich das zickig zu zickig ganz gut. Dann müssen wir dir mehr zickige Pflanzen besorgen. Aber vielleicht ist die, dadurch, dass die ja, wenn die unzufrieden wird, ihre Blätter dann auch zumacht. Also ich meine, die macht die abends eh zu. Die rollt die so ein. Aber am nächsten Tag sehe ich ja, dass die wieder aufgehen. Und wenn ich sehe, die gehen nicht auf, naja, dann gieße ich halt so ein bisschen nach. Man muss ja aufpassen, wegen dieser Staunesse. Deshalb nur so ein bisschen nachgießen. Und am nächsten Tag sieht das wieder super aus. Ja, das scheint gut zu funktionieren. Also irgendwie sagt die mir halt, was die braucht. Weißt du, und dein Pflänzchen, was du mir geschenkt hast, sagt mir halt nicht, was es braucht. Das steht da und lässt die Blätter hängen. Und du hast gesagt, die sollen nicht die Blätter hängen lassen. Du musst mir mal ein Foto schicken. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das Teil deine Blätter hängen lassen möchte. Das sieht halt aus wie so ein, der sieht jetzt gerade so ein bisschen aus wie der Basilikum, der lässt seine Blätter auch so hängen. Oh je, hört sich nicht gut an. Im Garten, die Sonnenblumen, die sind jetzt auch aufgegangen, fünf Stück. Und langsam verblühen die wieder. Ja, meine ist auch verblüht. Ich frage mich, ob ich da die Kerne rausholen könnte und dass die wieder neue Samen machen für nächstes Jahr. Ja, bestimmt. Warum ja nicht? Kannst du schon auch essen. Nee, das, ja, die sind so mini klein. Ach so. Ja, probieren kannst du es ja mal, kann ja nicht schaden. Also die Blüte ist nicht größer als bei einer Handfläche. Nee, das stimmt, das sind kleine, ne? Ja. Ja. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Es gibt jetzt nicht diese Dinger, die da am Feldrand stehen. Nee, vollkommen okay. Aber es sieht schön aus. Das reicht, ja. Und ich habe sie selber gemacht. Ich habe mich auch total erfreut an meiner Sonnenblume. Ich habe sie sehr gewertschätzt, aber sie ist bei mir jetzt tatsächlich schon eine Weile lang verblüht. Hast du nur einen Kern eingepflanzt? Ja, ich habe ja keinen Garten. Ich hatte nur einen kleinen Topf zur Verfügung, also einen mittelgroßen und keinen richtig riesigen mehr. Und deswegen dachte ich mir, komm, da setze ich nur einen Kern rein und genau aus diesem Kern ist was geworden. Ich dachte, ich teste das mal. Ich wusste gar nicht, ob die überhaupt drinnen gedeiht. Und jetzt, wo ich es weiß, werde ich das nächstes Jahr natürlich anders angehen. Ja, dann freuen wir uns auf nächstes Jahr. Ja, auf mein Sonnenblumenfeld. Ja, und ich denke diesmal, also nächstes Mal werde ich die Sonnenblumen auch früher einpflanzen. Genau. Weil jetzt im Spätsommer ist das Wetter jetzt gerade schon wieder so, ne? Mal kalt, mal warm. Und heute, also morgens ist es ja so ultra kalt und nachmittags ist es dann so super warm. Ich glaube, so richtig toll finden die das nicht. Die lässt auch die Blätter so hängen. Das hat jetzt nichts mit dem Gießen zu tun. Es ist jetzt auch schon einfach vorbei, glaube ich, die gute Zeit. Ja, und ich glaube, die findet es schöner, wenn die so in ihrer Blütezeit ist, wenn es doch dauerhaft ein bisschen schöner ist. Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich jetzt Tomaten. Also ich hatte ja auch Tomaten angepflanzt. Die hat sich ein bisschen schwer getan am Anfang. Aber dann plötzlich hat sie geblüht und ich muss natürlich wieder selbst bestäuben, weil... Klar. Das waren dann doch zu wenig Bienen bei mir in der Wohnung drin. Und dann stellte sich das aber als schwierig heraus, weil bei der Chili ist es ganz leicht. Da mache ich mit meinem Ohrstäbchen so ein bisschen düdlü, kitzel, kitzel und dann fliegt da der Staub, der Blütenstaub umher. Null Probleme, aber bei der Tomate ist es irgendwie anders. Die Blüte ist nicht so da zum Bestäuben. Ich habe aber gelesen, dass es bei der Tomate schon reicht, wenn man die leicht erschüttert. Und jetzt mache ich mit meinem Finger immer so düdlü, lü, lü, lü an den Blüten. Obwohl da nichts ist. Also die ist ja nicht offen irgendwie. Also es ist ganz komisch. Naja, jedenfalls dachte ich am Anfang, das wird ja niemals was. Aber jetzt habe ich schon drei grüne Tomaten und es blüht noch mehr. Also es kommen noch mehr Tomaten. Das einzig Verwunderliche ist, es ist eigentlich keine Tomatenblütezeit mehr. Aber es ist ja eine drinnen Tomate. Vielleicht lebt die einfach ein anderes Leben als so eine normale Tomate. Die hat einen anderen Rhythmus, ja. Der ist ja jetzt auch nicht kalt. Die steht ja ganz warm. Naja. Und sie kriegt ja trotzdem noch ein bisschen Sonne ab. Also ich bin super gespannt, ob das noch was wird. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass überhaupt was kommt. Also wir bleiben gespannt. Ich finde auch deine Geduld da sehr beeindruckend, weil mir wäre das schon hundertmal egal gewesen. Nee, das wird alles gepflegt und gehegt. Und sonst, was machen deine Monsteras? Ja, alles gut. Die hat ja alles jetzt überstanden, die ganzen Schädlinge und alles. Und ist jetzt wieder im vollen Gange. Hab wieder letztens ein neues Blatt bekommen. Die lebt ihr Leben. Alle zufrieden sonst. Bestes Monstera-Leben wahrscheinlich. Ja, ich sag's dir. Jetzt hab ich aber noch eine wichtige Frage an dich. Ja, viele wichtige Fragen. Kannst du unseren Zuhörern nochmal sagen, was wir heute überhaupt machen? Für alle, die es nicht in der Caption gelesen haben. Ach so. Ja, wir werden heute weiter aus Spion der Nächte vorlesen. Antonia selbst geschrieben im Harry-Potter-Buch. Also quasi ein alternatives Ende. Ein alternativer siebter Band. Und ich glaub, wir haben jetzt, es ist dann schon der vierte Teil, den wir euch quasi zur Verfügung stellen. Oder Antonia, besser gesagt. Aber es ist immer noch das erste Kapitel. Und in meinem Dokument sind wir auf Seite 14. Ich find, das ist sehr viel für ein Kapitel. Also im Grunde hätte man aus diesem Kapitel schon zwei machen können. Ich weiß nicht, ich hab auf jeden Fall mal in ein Buch reingeguckt und hab geguckt, wie lang ist denn so ein Kapitel? Das muss ein krasses Kapitel gewesen sein, weil laut meiner Rechnung hatte das anscheinend irgendwie so 20 Seiten. Deswegen hab ich gedacht, jedes Harry-Potter-Kapitel muss 20 Seiten lang werden. Ja, ich glaub im fünften oder sechsten Teil sind die Kapitel so ultra lang. Ja, es kommt, glaub ich, auch immer so aufs Kapitel drauf an. Es gibt kurze und lange, genau. Ja, genau. Aber ich glaub, grad im fünften und sechsten, wenn dann da so viel in einem Kapitel geschwafelt wird, da sind ja, also grad auch der sechste, da wird dir so viel erzählt. Ich glaub, da gibt's so lange Kapitel. Aber die Kapitel in den ersten dreien sind nämlich relativ knackig kurz. Ja, hab ich mir dann wohl offenbar nicht als Vorlage rausgepickt. Nee, wahrscheinlich den sechsten hast du dir vorgenommen. Es hätte theoretisch auch gereicht, wäre das, was wir als letztes gelesen haben, jetzt das erste Kapitel gewesen. Es würde jetzt mit dem zweiten Kapitel weitergehen. Aber so hab ich nicht gedacht, denn jetzt sind wir immer noch im ersten Kapitel. Und weil wir natürlich nicht alles vorschneiden wollen, was wir bisher gelesen haben, macht Amber jetzt netterweise nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was bisher geschehen ist. Ja, das funktioniert immer richtig gut. Ich liebe das, wenn Antonio das macht. Ich kann mich natürlich wieder an nichts erinnern. Ich scrolle hier mal so durch. Das sagt mir alles nichts. Hab ich das damals gelesen? War ich das? Ja. Ich gebe dir einen Tipp. Ich hatte einen kleinen Cringe-Moment. Das war schrecklich. Mit den Walkie-Talkies. Ja, genau. Antonia hat nämlich Walkie-Talkies in ihr Harry-Potter-Teil eingebaut. Walkie-Talkies, die... Warum wollten die Walkie-Talkies benutzen? Guck mal, ich kann mich ja nicht sagen. Ja, guck mal. Also ich kann dir nochmal einen Tipp geben. Die haben eine Nachricht... Nee. Ron und Hermine kamen zu Besuch. So, die kamen zu Besuch bei den Dursleys, wo Harry ja noch war, weil sie eine Nachricht von Snape bekommen haben. Big Spoiler. Ich nehme den Satz zurück. Nein, stopp, stopp, stopp. Ach, aber die Nachricht von Snape war doch auch so gut, ne? Nein, die Nachricht... Wir wissen doch noch gar nicht, ob die von Snape war, oder? Wussten die das jetzt, dass das Snape ist oder nicht? Ich bin richtig verwirrt. Snape, so war die Schrift in dem Buch vom Halbblutpunkt. Ich dachte, sie haben das geschlussfolgert. Ich dachte, ich habe gerade voll massiv gespoilert. Okay. Sie haben eine Nachricht von Snape bekommen und wollen sich halt jetzt mit ihm treffen, beziehungsweise Harry will es natürlich alleine machen, aber die anderen beiden wollen kontrollieren, deswegen Walkie-Talkies. Das war basically alles. Weil die halt anscheinend funktionieren sollen. Ja, ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, wie dieses Treffen stattfinden soll. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass dieses Treffen stattfindet, dass ich das geschrieben habe. Deswegen, wir bleiben dran. Aber zu Antonias Verteidigung, J.K. selbst hat ja mal diesen Walkie-Talkie-Gedöns im Buch. Also es steht ja auch im Harry-Potter-Buch selbst. Weil Melfo noch mal, als er mit Rita Kimkorn spricht, als die in Andi Magos Gestalt ist, sieht das so aus, als würde er in ein Walkie-Talkie sprechen. Deshalb ist Antonias Gedanke mit den Walkie-Talkies jetzt nicht ganz unbegründet. Ja. Also es gab da eine Vorlage, deshalb ist es nicht so lustig. Also eigentlich schon. Ja doch, weil da wird ja extra noch mal gesagt, das kann ja hier nicht funktionieren, weil wir sind in Hogwarts, da funktionieren so mogeltechnische Geräte nicht, bla bla bla. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Egal. Jetzt geht es erst mal weiter. Soll ich anfangen einfach mal, so, aus dem Nichts heraus? Das ist ja auch dein Gedankengut. Ich finde, du solltest es auch anbeginnen. Okay. Ungefähr 50 Kilometer entfernt hatte ein gewisser Neville Longwater mit seiner Großmutter. Warum lachst du denn jetzt schon? Bis erst ein Satz. Ja, weil es ist manchmal so lustig, jetzt, wenn ich das so lese. Also ich vergesse es halt auch immer, Antonia. Ja, es ist schön. Ähm, ich finde besonders lustig hier diese 50 Kilometer, weil das ist doch recht nah. Es erscheint mir sehr unrealistisch, dass Neville und Harry so nah beieinander wohnen. Sich nie sehen. Ja, genau. Ja. Nein, Neville, du gehst auf keinen Fall zu deinen Eltern, sagte sie gerade zu ihrem Enkel. Großmama, ich gehe zu ihnen. Der Heiler meinte, es geht ihnen schlechter und du hältst mich nicht zurück, konterte Neville tapfer, obwohl sein Unterkiefer leicht zitterte. Konterte vor allem auch. Ein richtig krasser Konter. Aber hallo. Oh doch, ich bin dein Vormund und noch bist du nicht so volljährig, dass du meine Meinung vergessen kannst und immer das machst, was dir gefällt. Du bist erst seit vier Tagen 17, mein Lieber. Neville schrie sie jetzt fast an. Du bist doch immer nur sauer wegen dem Brief, den Professor McGonagall dir geschrieben hat. Neville meinte wohl wegen des Briefs. Achso, ja, wahrscheinlich. Hat er sich wohl kurz vertan. Ja. Es ist auch eine Frechheit. Warum hast du Zauberkunst genommen? Ich wollte das nicht. Da schrieb mir diese Frau, du würdest es nehmen, da du eine Erwartung übertroffen darin hast. Und nur weil ich die Prüfung nicht bestanden hätte, sollte ich es dir nicht vermiesen. Es stimmt auch, unterbrach Neville. Immer musst du das machen, was du willst, auch wenn du mein Vormund bist. Ich habe es satt. Immer sagst du mir, was ein schlechter Neffe ich doch sei und dass ich keinem sagen soll, wie es um meine Eltern steht, weil es dir peinlich ist. Und als wir meine Freunde im Krankenhaus getroffen haben, hast du so getan, als wäre es meine Schuld, dass sie von nichts wissen. Du weißt doch gar nicht, wie schlecht es mir geht, weil ich mit keinem darüber rede. Hast du aber lange über Neville's Schicksal nachgedacht, kann das sein? Ja, Neville hat mich schon immer sehr stark beschäftigt. Ich finde es aber gerade fast ein bisschen fies, dass ich das so dargestellt habe, als wäre Augusta hier die Böse. Weil eigentlich finde ich Augusta ganz lustig. Also lustig ist das falsche Wort, weil sie ist bestimmt nicht sehr humorvoll, aber sie ist ganz cool so. Die ist eine coole alte Socke. Aber du hast quasi die Situation, die wir aus dem Mungus kennen, jetzt umgedreht. Ja, genau. Also wir haben das ja anders erlebt und du hast es jetzt quasi nochmal umgedreht, als ob... Ja, Augusta ist die Böse hier. Da gab es ja keinen Bösen und keinen... Nein, nein, nein. Aber, ja, genau. Aber ich glaube, das hat mir nicht gereicht und ich brauchte eine stärkere Entschuldigung dafür, warum Neville nicht tapfer genug war, darüber zu sprechen und deswegen habe ich es hier Augusta in die Schuhe geschoben. Was ich auch witzig finde, ist, dass die da immer noch über diesen Brief von McGonagall sprechen. Das muss ja fünftes Schuljahr gewesen sein. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber schön, dass das die gute Frau immer noch so dermaßen beschäftigt. Und mich offenbar auch. Ja, offenbar. Mrs. Longbottom blieb die Luft weg. So aufgebracht, zornig und selbstbewusst hatte sie ihren Enkel noch nie gesehen. Er schritt aus dem Zimmer und kurz darauf vernahm sie einen lauten Knall. Neville war appariert, vor ihrer Nase und ohne Erlaubnis. Inzwischen konnte er es, er hatte es fast jeden Tag draußen geübt. Und was für einen Ehrgeiz er jetzt hatte. Boah, der Neville, der hat sich so entwickelt. Ja, klar. Neville landete in einer verlassenen Straße mitten in London. Er ging hastig weiter, überquerte eine alte Allee und zwei Kreuzungen. Dann blieb er vor einem alten Gebäude stehen. Reinig und tung unter. GmbH stand auf einem Schild. Er starrte in die Schaufenster. Du lachst, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist wirklich so. Ja. Alte Puppen standen darin. Er wusste, was er zu tun hatte und ging geradeaus durch die verstaubte Fensterscheibe. Sofort fand er sich in einer großen Eingangshalle wieder. Es war nichts von den merkwürdigen Puppen mehr zu sehen. St. Mongos Hospital stand in großen Lettern über dem Empfangsschalter. Er ging darauf zu. Kann ich Ihnen helfen? Fragte eine Frau dahinter. Ich will Mr. und Mrs. Longbottom besuchen, sagte er auf seine schüchterne Weise. Fluchschäden? Vierter Stock, sagte die Frau gelangweilt. Das hat sich auch nicht gelangweilt. Egal. Schließlich folgte er einem Heiler im grünen Kittel, der ihn durch hunderte Gänge und Treppen führte, bis sie vor einer Tür stehen blieben. Als ob Neville den Weg nicht weiß, aber okay. Ja, und hunderte Gänge und Treppen sind, glaube ich, auch nicht richtig. Neville schätzt das einfach völlig falsch ein gerade. Glaube ich auch. Hier ist es, aber seien Sie bitte leise. Der Heiler verschwand und Neville trat in den großen, fast leeren Raum. Ein großes Bett stand darin, daneben standen viele Ärzte, die beiseite traten, als Neville kam. Also eigentlich müssten diese Ärzte auch Heiler sein, oder? Das ist mir unbekannt, dass es auch noch Ärzte gibt. Ja, und warum treten Sie beiseite, wenn Neville kommt? Also ist das so ein... Spalier machen die. Ich habe Fragen. Wir machen einen Spalier, damit er ins Bett kommt. Der Zustand ihrer Eltern hat sich verschlechtert, Mr. Longbottom, verkündete einer der Männer. Neville sah ihn kurz an, schaute dann aber hinab zu seinen Eltern. Dort lagen sie. Seine Eltern. Sorry, ich wollte es eigentlich gerade sehr dramatisch machen, aber diese Wiederholung hat mich jetzt gerade so ein bisschen rausgerissen. Er hatte sie nie richtig kennengelernt. Sie erinnerten sich ja nicht einmal an ihren Sohn. Sie lagen mit offenen Augen, starrt zur Decke gerichtet, als Neville nach der Hand seiner Mutter griff. Da sah sie ihn an. Neville, murmelte sie. Was hat sie gesagt? Fragte ein Heiler, erstaunt. Mom? Fragte Neville. Sie hatte sich an seinen Namen erinnert. Das war ausgesprochen gut. Gehen Sie bitte, befahl Neville den Heilern, die nun herumtuschelten und herumwuselten. Alle! Sie blickten sich an und gingen hinaus. Neville, mein Sohn, sagte Mrs. Longbottom nun etwas fester. Ich muss dich warnen, nuschelte sie. Geh mit Harry Potter. Er ist gut. Hilf ihm beim Kampf gegen den Unnennbaren. Alleine wird er es nicht schaffen. Ich merke, wie mir die Kraft schwindet und ich meine Aufgabe erfüllen muss. Mom, meinte Neville. Geht's dir gut? Du weißt nicht, was du da sagst. Doch sie schien ihn anscheinend gar nicht zu hören. Hier. Sie gab ihm einen Zettel. Erst dachte Neville, es wäre wieder ein Kaugummipapier. Doch dann spürte er, dass es diesmal wirklich wichtig war. Mach's gut, Neville. Pass auf dich auf. Sie schloss ihre Augen genau im selben Moment wie ihr Mann. Neville erschrak. Mom? Dad? Fragte er. Sag doch was. Er fühlte ihren Puls. Mom! Dad! Schrie er. Doch es war zu spät. Lord Voldemort hatte auch seine Eltern getötet. Kalt und grauenvoll hatte er sie zu Tode quellen lassen. Das stimmt auch nicht so richtig. Die Ärzte stolperten nacheinander hinein und stürzten zu Neville. Der jedoch ließ sie stehen und rannte hinaus. Immer weiter. Weg von dem Krankenzimmer. Irgendwann blieb er stehen. Wo war er? Er wischte sich seine tränenverschmierten Augen und lehnte sich an die Wand. Schluchzend ließ er sich hinuntersinken. Tod. Beide. Wohin sollte er gehen? Zu seiner Großmutter? Nein, sicher nicht. Plötzlich spürte er etwas in seiner Hand. Er öffnete sie und sah den Zettel, den seine Mutter ihm gegeben hatte. Er hatte keine Lust, sich den Brief anzuschauen. Er steckte ihn in seine Hosentasche. Es würde wohl nichts nützen, dachte er, sich zu verstecken, so wie er es die letzten Jahre gemacht hatte. Er würde etwas an seinem Leben verändern. Das nahm er sich vor. Ein anderer Heiler kam um die Ecke geschlurft. Neville stand auf, wischte sich die Tränen weg. Kann ich Ihnen helfen? Fragte der Doktor freundlich. Ja, sagte Neville erstickt. Wo ist der Ausgang? Er wusste schon, wie er sich ändern würde. Seine Schüchternheit konnte er überwinden. Er würde zuerst Harry, Ron und Hermine Eulen schicken, in denen er ihnen alles erzählte. Er stolperte dem Arzt hinterher. Dieser führte ihn zurück, ein paar ausgestorbene Gänge entlang. Plötzlich fragte er, was war denn los? Neville schluckte. Er wollte nicht zugeben, dass er geweint hatte. Doch irgendjemandem musste er es ja erzählen. Meine Eltern sind gerade gestorben, sagte er und hatte schon wieder Tränen in den Augen. Oh, das tut mir leid. Wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf, meinte der Arzt. Longbottom Neville krechst sehr. Longbottom? Fragte der Heiler erstaunt. Neville nickte. Die berühmten Longbottoms, die die Todesser fast zu Tode gequält haben? Neville nickte erneut. Fast stimmte jetzt auch nicht mehr, dachte Neville betrübt. Aber er war zu überrascht, warum ausgerechnet dieser Heiler seine Eltern kannte. Ich bin übrigens Professor Dr. Slay. Angenehm. Er schüttelte Neville die Hand, der immer noch erschrocken und zugleich erstaunt aussah. Ich war mit deinen Eltern in einem Jahrgang. Sie waren tolle Mitschüler, immer froh und munter. Ihre Zeugnisse waren legendär und im fünften Jahr kamen sie zusammen. Ich war ein wenig neidisch auf Frank, denn fast jeder in Hogwarts himmelte deine Mutter damals an. Er lachte trocken. Neville sah ihn schräg von der Seite an, doch der Doktor schwieg. Jetzt fiel Neville auf, dass er eine große Narbe hatte. Sie zog sich ein bisschen wie bei Moody über die rechte Wange. Allerdings war diese hier kleiner und mit einem netten Gesicht nicht so furchteinflößend. Der Beruf Aura hätte besser zu ihm gepasst als ein einfacher Heiler im St. Mungo. Und noch einmal, es tut mir sehr leid, sagte er schließlich, als sie die Eingangshalle betraten. Er schüttelte Neville wieder die Hand und ging zurück die Korridore entlang. Neville überquerte die Eingangshalle und schritt hinaus in den kühlen Abend. Er wusste nicht, wohin er sollte. Er hatte zu wenig Geld, um den fahrenden Ritter zu rufen und von seiner Großmutter hatte er genug. Sollte er es versuchen, zu Ron Weasley zu gelangen? Eher nicht. Er wohnte zu weit weg. Und sowieso, er wusste gar nicht genau, wo Ron wohnte. Also wie sollte er da hinkommen? Neville, was machst du denn hier? Hauchte plötzlich eine verträumte Stimme, die Neville zusammenzucken ließ. Er drehte sich um und sah ein Mädchen mit langen, schmutzigen, blonden Haaren. Es hatte den Zauberstab hinter dem Ohr und trug eine Korkenkette. Sie blickte ihn verträumt an. Neville war froh, Luna Lovegood zu treffen. Er mochte sie und hatte im fünften Schuljahr viel mit ihr erlebt. Sie war echt nett, wenn man sie näher kennenlernte. Schön, dass ich das nochmal rechtfertigen muss, dass man Luna nett findet. Ja. Ich? Ich war im Krankenhaus, nuschelte Neville. Oh, warum? fragte Luna und sah ihn weiterhin starr an. Meine Eltern sind dort. Also es heißt, sie sind gerade gestorben. Neville spürte ein Kloß im Hals. Oh, oh, das tut mir leid, sagte Luna und tätschelte Neville's Arm. Das ist bestimmt richtig schlimm, sagte sie und Neville's Kloß wurde noch dicker. Unpassender Moment, um zu lachen. Es war eine unschuldige 13-Jährige. Das ist, wie es ist. Ich lieb's einfach. Es ist eigentlich gerade sehr traurig und dramatisch, ja? Ja, ja, ja. Ich find auch die Korkenkette gut. Ja. Neville fing an, die ganze Geschichte zu erzählen von da, als die Todesser seine Eltern fast zu Tode gequält hatten. Bis zu dem Zettel, den seine Mutter ihm kurz vor ihrem Tod gegeben hatte. Er erzählte, dass seine Oma ihm verboten hatte, es irgendjemandem zu erzählen und dass er nicht wüsste, wohin er gehen könnte, denn nach Hause wollte er auf keinen Fall. Komm zu mir, sagte Luna spontan und steckte ihren Zauberstab in die Hosentasche, da einige Muggels auf diesem langen Stab hinter dem Ohr aufmerksam geworden waren. Meinst du wirklich? fragte Neville schüchtern. Doch dann fiel ihm ein, dass er ja nicht mehr schüchtern sein wollte. Also sagte er noch, macht es denn deinen Eltern nichts aus, wenn ich mit zu dir komme? Luna sah Neville skeptisch, jedoch immer noch verträumt an und schüttelte den Kopf. Ich wohne in der Nähe des Wieselkopfes. Dort wohnt auch Ron. Folge mir einfach, wir fahren mit dem Zug. Neville ging Luna einfach hinterher. Er achtete weder darauf, wohin der Weg führte, noch wie lange es dauerte. Anscheinend hatte Luna Neville im Moment nichts Wichtiges zu erzählen, denn sie sagte kein Wort. Auch im Zug sprach Luna Neville nicht an, wofür er dankbar war. So konnte er einfach nur da sitzen und an nichts denken und sich ausruhen. Komm, wir müssen aussteigen. Luna packte Neville's Arm und zerrte ihn hastig zur Tür. Der Bahnhof in Otteriesand Catchpole, einem kleinen Dorf, war klein und gemütlich. Wenige Leute stiegen hier aus und eilten sofort nach draußen. Luna sah Neville prüfend mit großen, runden Glubschaugen an und winkte ihm, ihr zu folgen. Der Weg bis zu Lunas Haus dauerte nicht lange. Irgendwann stand Neville vor einem kleinen, etwas schiefen Haus und sah sich das Klingelschild an. Luna drückte abwesend den Knopf und eine laute Glocke ertönte von innen. Ich muss kurz hier einhacken. Ich finde es crazy, dass du, obwohl du es ja nicht wusstest, trotzdem Lunas Haus mit eingebaut hast. Wollte ich auch gerade sagen. In den siebten Teil. Ist das nicht krass? Obwohl du, es gab ja keine Hinweise darauf, dass sie irgendwann zu den Love Goods müssen. Ich meine, jetzt ist es Neville, aber das ist schon crazy. Es ist super crazy und ich bin total gespannt, wie das Haus ist. Ah ja, stimmt. Oh ja, jetzt wird es crazy. Jetzt wird es richtig verrückt. Ich sag dir, es kommt jetzt noch ein Turning Point nach dem nächsten. Ohoho. Ja, ich komme, rief eine helle Stimme und sofort erschien an der Tür eine hochgewachsene Frau. Sie hatte langes, braunes Haar, ist jedoch zu einem langen Pferdeschwanz nach hinten gesteckt. Sie hatte ein freundliches Gesicht. Neville fiel direkt auf, dass sie Luna überhaupt nicht ähnlich sah. Die Frau lächelte Neville an und schenkte Luna einen fragenden Blick. Das ist Neville, Anna, ein Junge aus meiner Schule. Ich habe ihn in London getroffen. Er möchte nicht zu seiner Großmutter, denn mit der hat er Streit. Darf er so lange bei uns bleiben? Erklärte Luna so, als wäre das etwas Alltägliches. Die Frau, die wahrscheinlich Lunas Mutter war, lachte hoch und öffnete die Haustür ganz. Neville folgte Luna in den Flur. Aus dem Wohnzimmer rechts von sich hörte er die Geräusche der Zauberernachrichten im Fernsehen. Mrs. Lovegood ging wieder ins Wohnzimmer und Luna schritt die Treppe hoch in ihr Zimmer. Dort standen eine kleine Kommode, ein Schreibtisch, ein Bett und eine Kiste, aus der der große Gryffindor-Hut und ein Besen herausragten. Ja, sie hatte doch diesen Löwen. Ach so, nicht der sprechende Hut, sondern der... Der sprechende Hut. Nein, nein, der Hut mit dem Gryffindor-Löwen, meinte ich. Ach so, Eiauke. Den hatte sie vor zwei Jahren immer getragen, obwohl Luna in Ravenclaw war. Sie lächelte und setzte sich an ihren Schreibtisch. Verträumt starrte sie aus dem Fenster. Auch Neville setzte sich aber aufs Bett. Du versuchst, mutiger zu sein. Habe ich recht? Fragte Luna und sah ihn durchdringend an. Neville fühlte sich unwohl. Luna hatte die Eigenschaft, immer sehr direkt zu sein. Er nickte. Luna sagte, Da musst du wohl noch etwas üben. Schüchternheit ist nicht schlecht, aber ich kann dich auch verstehen, dass dich das nervt. Neville sah sie an und runzelte die Stirn. Keiner der beiden sprach, bis plötzlich ein Knall ertönte. Dad experimentiert unten im Keller für den neuen Glitterer, sagte Luna. Neville nickte und schaute zu Boden. Plötzlich fiel ihm etwas auf. Warum warst du eigentlich in London, Luna? Sagte er und sah sie an. Luna sah ihm direkt in die Augen und sagte, Das ist nicht so wichtig. Ich musste nur was erledigen. Interessant, ob das wohl noch eine Rolle spielt, was sie in London macht? Wir werden sehen. Neville runzelte die Stirn. Doch anstatt etwas zu erwidern, fragte er, wo er schlafen würde. Er bezweifelte, dass es unwichtig war. Aber wenn sie nicht darüber reden wollte, konnte Neville sie ja wohl kaum zwingen. Luna führte ihn zu dem Zimmer neben ihrem. Es war ein helles Zimmer mit einem kleinen Bett und einer kleinen Kommode. Danke, ist echt gemütlich, murmelte Neville und ließ sich auf das Bett fallen. Er schloss kurz die Augen. Als er seine Augen wieder öffnete, sah er, wie Luna gerade hinausschlenderte. Neville blickte ihr nachdenklich hinterher. Sagte man nicht, aus Höflichkeit, wo man hinging? Aber Looney, wie ihre Mitschüler Luna immer nannten, um sie zu ärgern, war schon immer ein wenig anders gewesen. Er richtete sich auf und wollte Luna hinterhergehen, doch in der Tür lief er fast einem hochgewachsenen, sehr schlanken Mann in die Arme. Oh, Entschuldigung, sagte Mr. Lovegood mit einer tiefen Stimme, die überhaupt nicht zu seinem Körper passte. Nichts passiert, meinte Neville, obwohl sein Fuß schmerzte, auf den der Mann getreten war. Der Mann sah Luna auch nicht ähnlich. Er hatte einen Irokesenschnitt und lächelte Neville freundlich an. Ist das geil. Neville konnte sich gar nicht vorstellen, dass er der Redakteur von der Zeitschrift Glitterer war. Turning Point, ich bin übrigens Lunas Bruder, sagte er, als hätte er Neville's Verwirrung auf seiner Stirn gelesen. Sehr geil. Neville sah ihn verblüfft an und er fügte hinzu, naja, meine Mutter hat ihren Vater geheiratet, also ist sie meine Stiefschwester. Als ihre Mutter starb, zog sie endgültig zu ihrem Vater und meine... Waren die getrennt? Das klingt gerade richtig komisch. Waren sie vorher getrennt, Pandora und Xenophilie? Anscheinend. Ich weiß auch nicht. Das ist etwas kompliziert, er lächelte noch breiter. Also war er doch nicht Mister und die Frau an der Tür auch nicht Mrs. Lovegood. Neville hatte gar nicht gewusst, dass Lunas Mutter gestorben war. Ich bin Neville Longbottom und auch in Lunas Schule, nur ein Jahr höher, sagte er stotternd und viel zu schnell. Ich bin Ben Lovegood, sagte Lunas Bruder. Kommst du, Neville? fragte Luna, die gerade hereingeschneit kam. Ja, sagte Neville, nickte Ben nochmal zu, bemüht zu lächeln und folgte Luna nach unten in den Flur. Ich habe Fragen. Wieso heißt er denn jetzt auch Ben Lovegood? Ja, weil der ist adoptiert worden von Xeno. Die haben alle den Namen angenommen. Ja. Cool. Weil der so schön ist. Wer weiß, wie die vorher hier sind, Antonia. Also du weißt es vielleicht. Knüppelsack oder so. Ja, und dann dachten die sich so, ne, Lovegood ist voll schön. Ja, das stimmt ja auch. Aber es ist verwirrend. In meinem Kopf hat das ganze Patchwork-Ding irgendwie gar keinen Sinn gemacht in dieser Familie. Das, was mich wundert, weil irgendwie komme ich ja selber aus einer Patchwork-Familie. Also ich müsste das eigentlich besser wissen. Ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt. Ich bin super verwirrt. Ich wusste das noch nicht. Also hättest du mich jetzt gefragt, hat Luna in deinem Buch einen Bruder? Hätte ich gesagt, nein, bist du bekloppt? Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, das zu fragen ist schon sehr speziell. Aber noch verwirrter wäre ich gewesen, hätte Lunas Papa einen Irokesen-Schnitt gehabt. Ja, aber was ich auch verwirrend finde, ist, dass wir die ganze Zeit aus Neville's Sicht das erleben, weil das ist ja eigentlich, also… Das ist ungewöhnlich in den Büchern. Ja, aber im Harry-Potter-Buch siehst du es entweder irgendwie durch Oklomantic oder so oder es sind halt so Rückblenden, die auch für den Leser einfach wichtig sind, für den Kontext. Wo aber, ne, wie bei den Gorns. Ja, aber wir haben auch ein Kapitel aus der Sicht von Frank Bryce. Wir haben ein Kapitel aus der Sicht vom Minister. Wir haben ein Kapitel aus der Sicht von Snape. Und wir haben sogar noch die Sicht von Bella und Cissa, auch noch. Ja, ja, genau, aber die haben ja irgendwie… Also das brauchten wir ja für den Kontext. Also ist das, was Neville jetzt erlebt, ist das wichtig für uns als Kontext zu wissen? Ja, er hätte es dem anderen wahrscheinlich auch erzählen können, weißt du? Ja, genau. Wahrscheinlich schon. Würde es nicht reichen, würde er dann später sagen, ich hatte eine scheiß Zeit, ich bin hier rumgelaufen, ich war bei Luna zu Hause. Es war ein bisschen strange. Sie hat einen Bruder mit Irokesen, Schnitt. Aber ich wollte wahrscheinlich unbedingt immer zu Luna nach Hause und wusste nicht, wie ich es sonst einbringen kann. Naja, und ich glaube, du wolltest auch unbedingt mal Neville schreiben. Ja, ich liebe Neville. Ja, I know. Und tatsächlich hat das Ganze wirklich noch eine wichtige Bedeutung, aber ich weiß noch nicht, ob ich spoilern soll. Nee, mach mal nicht. Ich kann dir mal einen Tipp geben. Müssen alle dranbleiben hier. Eine Person, die vorkam, und das hatte ich auch komplett vergessen, spielt tatsächlich später noch eine Rolle. Okay, ich bin immer schlecht in sowas, also ich habe keine Ahnung, vielleicht habt ihr einen Hinweis. Ja, schreibt das mal in die Kommis, wenn ihr glaubt, ihr wisst, wen ich meine. Ich zeige dir meinen Dad. Du weißt ja, den Redakteur vom Klitterer. Neville lächelte müde. Natürlich wollte er den richtigen Mr. Lovegood kennenlernen, doch im Moment würde er sich viel lieber einfach hinlegen, ohne nachzudenken und die Ereignisse vom Tag verdauen. Doch Luna führte ihn wieder nach unten, am Wohnzimmer vorbei und eine weitere Treppe hinunter. Plötzlich fühlte sich Neville mulmig. Er wusste nicht, woher das kam. Ihm wurde schlecht und er konnte es gerade noch verhindern, dass er umkippte, indem er sich am Türrahmen anlehnte und die Augen schloss. Okay, it's getting crazy in here. Luna merkte nichts. Sie klopfte leise, öffnete die Tür und marschierte unbeirrt hinein. Neville folgte ihr, so gut es ging. Er blickte sich um. Hier unten im Keller der Lovegood sah es so aus, wie in einem Labor. Tausende von Reagenzgläsern und Flaschen waren hier gelagert. Auch viele Ordner waren überall in die wenigen Regale gestopft. Hallo, sagte ein kleiner Mann. Neville wusste nicht genau, wo er auf einmal herkam. Der Mann hatte weiße Haare, eindeutig Lunas weite, große Glubschaugen und trug einen langen, weißen Kittel, in dem er eher einem verrückten Wissenschaftler ähnelte als einem Redakteur. Neville hielt sich den Bauch und konnte es nicht mehr verhindern. Er übergab sich in einer Zimmerecke. Oder ein Genehm. Ich weiß jetzt auch wieder, das ist komisch, manchmal habe ich so richtige Flashbacks, wenn ich das jetzt so lese. Und ich weiß noch, damals, als ich an diesen Vater von Luna gedacht habe, hatte ich so ein bisschen als Vorbild den Vater von Belle aus Schöne und das Biest. Das weiß ich nicht mehr. Er ist auch so ein kleiner, verrückter Professor, der ja so viel erfindet und der ist so ein bisschen schräg, aber irgendwie auch ganz lieb und ja, so ein bisschen habe ich mir den vorgestellt, offenbar. Naja. Dad, das ist ne, fing Luna an, doch Mr. Lovegood unterbrach sie mit hysterischer Stimme. Junge, bleib stehen, rühr dich nicht, du hast einen Wuselwanz. Er und Luna sah Neville entsetzt an, so als hätte er eben ihre Katze verschluckt. Neville blickte Luna fragend an und musste erneut das Gefühl unterdrücken, sich zu übergeben. Das wäre nett. Luna sagte, das sind winzige grüne Kobolde, die Wuselwänze. Sie schlüpfen auf mysteriöse Weise in deinem Körper, besonders dann, wenn es dir schlecht geht. Dann fühlen sie sich wohl. Sie bringen dich ganz durcheinander und machen dich wuselig. Die Folgen sind Übelkeit und Schwindelgefühl. So ähnlich wie der Schlickschlumpf. Jetzt verstand Neville seine urplötzliche Krankheit. Ach, jetzt ist hier mein Licht aufgegangen. Aha! Wuselwanz, ja, ja. Quatsch redet er sich ein. Das ist Schwachsinn. Sowas gibt es nicht. Das ist wieder so eine von Lunas verrückten Geschichten. Doch er sagte lieber nichts, da er Luna nicht verletzen wollte und schon gar nicht ihren Vater. Mr. Lovegood näherte sich Neville langsam und schlug ihm mit einem komischen, grünen, länglichen Gefäß auf den Kopf. Neville stöhnt. Für Neville wäre es besser gewesen, wenn er bei seiner Oma wäre. Ja. Neville stöhnte und alles um ihn herum wurde schwarz. Als er wieder klar sehen konnte, lag er immer noch auf dem Boden. Luna hockte neben ihm. Er richtete sich auf und betastete seinen brummenden Schädel. Eine riesige Beule entstand, pochend an seiner Stirn. Was sollte das? Stöhnte er und vergaß seine Höflichkeit. Entschuldige, mein Junge, aber das musste ich machen. Wenn ein Wuselwanz von einem Besitz ergriffen hat, kann man sonst nichts tun. Er sah Neville an und lächelte. Es ist die einzige Möglichkeit. Wir haben viele Wuselwänze in unserem Haus und solche Fälle kommen oft vor, sagte Luna schulterzuckend. Leider haben wir noch kein Mittel gefunden, sie von hier zu vertreiben. Du siehst echt komisch aus mit der riesigen Beule. Sie und ihr Vater lachten. Aber es ist immer noch besser als ein Wuselwanz, meinte Mr. Lovegood lächelnd. Wie war noch dein Name? Neville, Sir, sagte dieser und sah ihn und Luna entrüstet an. Über andere zu lachen war nicht höflich, doch daran musste er sich wohl hier im Haus gewöhnen. Erst jetzt merkte Neville, dass seine Übelkeit wie weggeblasen war. Oder eher gesagt, wie weggehauen. Mensch, was für Wortwitzel. Er stand auf und ging hinüber zu Mr. Lovegood. Hier Neville, sieh mal. Er hielt ihm das Gefäß hin. Es war nicht mehr grün, sondern klar und durchsichtig. Neville zuckte zurück, denn jetzt konnte er erkennen, dass in diesem Gefäß ein grünes Etwas saß, der nicht mal so groß wie sein Zeigefinger war. Es war schleimig, hatte aber die Konturen eines kleinen Zwerges. Wie dieser grüne Zwerg in seinem Kopf gelangen konnte, wollte Neville beim besten Willen nicht verstehen. Und vorstellen konnte er es sich erst recht nicht. Das grüne Wesen schielte ihn böse an und streckte ihm die Zunge raus. Neville wollte das Glas packen und es mit dem unverschimmten Vieh wegschmeißen. Doch Mr. Lovegood, der anscheinend wusste, was Neville vorhatte, schnappte ihm den Behälter wieder weg. Dann reichte er Neville ein Tuch und deutete auf die Reste von dem Toast, das Neville heute Morgen verspeist hatte, aber gerade eben wieder verloren hatte. Hm, lecker. Warum reicht der Neville ein Tuch? Ach so. Ja, dann soll das wegmachen, die Kotze. Ach, können die nicht mal zaubern? Zaubern? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, das ist ein guter Einwand von dir. Also wenn du jetzt mein Lektor wärst, würde ich das jetzt überarbeiten. Ja. Es stimmt also wirklich, überlegte Neville im Stillen, während er das Erbrochene wegwusch. Die Lovegood hatten recht mit dem Wuselwanz. Es war gar keine Erfindung gewesen, wie Neville anfangs gedacht hatte. Er hatte erstmal genug erlebt. Er ging mit Luna wieder nach oben. Luna erzählte, dass ihr Vater in der letzten Ausgabe des Klitterers einen Artikel über die Wuselwänze geschrieben hätte. Jedoch dieser vom Tagespropheten verspottet wurde. Dann beweist doch der Welt mal, dass es diese Wuselwänze gibt. Zeigt sie in der Öffentlichkeit, meinte Neville ruhig. Haben wir. Doch der Prophet meinte, es wären nur Zaubertricks. Und sie dürften uns nichts glauben, sagte Luna. Ich glaube, die sind immer noch sauer und eifersüchtig, weil wir vor drei Jahren diesen Artikel geschrieben haben, über Harry und der Geschichte auf dem Friedhof. Das haben viele gekauft. Sie lachte leise. Die Zauberer glauben sowieso lieber an eine normale Krippe als an diese Wesen, nur weil sie nicht in ihr Bild passen zur schönen, heilen Welt. Sie winkte Neville noch einmal, wünschte ihm eine gute Nacht und ging weiter zu ihrem Zimmer. Neville öffnete seine Zimmertür und ließ sich sofort auf das Bett fallen. Leise hörte er noch die Kirchenuhr 11 Uhr schlagen, doch er war schon viel zu müde, um seine Sachen auszuziehen. So fiel er direkt in einen traumlosen Schlaf. Mitten in der Nacht wachte er jedoch auf und zog wegen der Wärme alles bis auf seine Unterhose aus. Das ist eine sinnvolle Information. Das ist ganz wichtig, weil ich wollte auch mal, dass Neville ein bisschen nackt ist. Und auch, also es ist auch wichtig zu wissen, also wir wissen nach sieben Jahren Harry Potter nicht, wie er sich im Schlaf fühlt, außer er hat einen Albtraum. Aber dass wir jetzt von Neville wissen, dass ihm auch mal warm wird, das ist schön cozy bei den Love Goods. Das ist doch super. Ich finde, das ist eine wichtige Info. Als er dann wieder einschlief, hatte er einen Albtraum. Er träumte, wie seine Eltern im Krankenbett lagen. Harry kam herein, Neville's Vater schrie und rettete seine Frau, doch Harry zeigte keinen Erbarm und tötete beide seine Eltern. Crazy. Das ist nicht so lustig, aber irgendwie ist es doch ein bisschen lustig. Wow, okay. Schweißgebadet und mit Tränen in den Augen wachte er am nächsten Morgen auf. Er hatte die ganze Nacht immer und immer wieder dasselbe geträumt. Ich würde sagen, es ist viel passiert, es ist Zeit für einen Cut. Ja. Crazy. Das Ganze müssen wir jetzt erstmal wieder verarbeiten. Auf jeden Fall. Also ich habe es auf jeden Fall bis zur nächsten Folge wieder vergessen, dann machen wir uns nichts vor. Markiere es bitte dick, damit wir es auch wieder finden. Hab ich. Supi. Das ist echt crazy. Wow, es ist wirklich viel passiert. Ich finde es so lustig. Es ist wirklich jedes Mal aufs Neue lustig. Und es sind immer so viele Sachen, die so, also lassen wir jetzt mal die Schreibweise so ein bisschen außen vor. Das macht natürlich manchmal auch ein bisschen was aus, dass man sich denkt so, hä? Aber also auch die Ideen, also schon allein diese, diese Combo Neville-Luna, jetzt ist Neville so random eigentlich bei ihr zu Hause. Sie hat einen Bruder, eine Stiefmom. Neville muss seine Kotze wegwischen. Und er schläft nackt. Ja, ich muss sagen, das ist auch wieder dieses. Ey, die Unterhose hat der an. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Kapitelproblem. Weil ich mir selber den Druck gemacht habe, scheiße, dieses Kapitel muss irgendwas mit 20 Seiten lang sein. Ja. Das war nicht nötig. Und das war mir aber nicht bewusst. Deswegen musste ich das mit so vielen Infos füllen. Und ich weiß noch, ich war bei dieser Stelle, Harry war abgehakt, so mit den Dursleys. Und ich dachte mir so, äh, das ist jetzt gerade mal die Hälfte vom Kapitel. Es muss jetzt noch sau viel passieren. Und deswegen musste ich da Neville jetzt noch irgendwie mit reinbringen, weil es musste ja einfach noch was gefüllt werden. Das war so den Druck, den ich mir selber gemacht habe. Es macht ja schon deshalb keinen Sinn, wenn du die Perspektive änderst, macht es ja Sinn, ein neues Kapitel zu machen. Absolut. Aber ich habe einfach diese Regel missachtet. Ja. Woher soll man das wissen mit 12 oder 13? Aber witzig. Aber so haben wir doch, äh, sind wir doch hier ganz unterhaltsam unterwegs, oder? Ja, ich würde es auch sagen. Dann können wir schon wieder zur Eulenpost kommen, oder? Was meinst du? Äh, ja. So, der erste Eulenpost kommt von Schubsi. Und zwar war wie immer eine super Folge. Ich habe im Internet gesehen, wieso Voldemort nicht einen Phönix als Haukrux gemacht hat. Ein Phönix ist unsterblich und dadurch ist Voldemort auch unsterblich. Hanna. Danke für deinen Kommentar und für diese interessante Theorie. Das war nämlich auch unter der Folge mit den Theorien. Ja, ist in der Tat eine gute Frage. Ich könnte mir als einzigen Grund vorstellen, dass es nicht so leicht ist, an einen Phönix zu kommen, weil die ja sehr selten sind. Und vielleicht war auch kein persönlicher Bezug da zu dem Phönix, weil Voldemort hat ja oft und gerne so persönliche Dinge als seine Haukruxe gewählt. Und der Phönix ist ja eher so ein Dumbledore-Ding. Und deswegen, glaube ich, war das für ihn keine Option, auch wenn es Sinn gemacht hätte. Aber vielleicht kann man auch nicht einfach so Tiere zum Haukrux machen. Aber er hat ja auch Nagin. Die so super mächtig sind wie ein Phönix. Ich meine, seine Tränen heilen und die können so unfassbar viel transportieren. Sie sind unsterblich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Opfer für einen Haukrux in einem Phönix vielleicht viel, viel mehr ist als für so ein Diadem. Und dass man sich das tatsächlich selbst als Bösewicht wie Voldemort dreimal überlegt. Ja, der würde auf jeden Fall drunter leiden, denke ich auch. Ja, oder es geht tatsächlich vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ist das ein Wesen, das man nicht verhockraxisieren kann. Ja. Kann sein. Ich finde es auch okay, wenn es Grenzen gibt irgendwann mal. Das stimmt. Ich habe auch einen Kommentar und zwar von Mia. Hi, mega, mega coole Folge. Eulenpost. Was ist euer Lieblings-Harry-Potter-Schauspieler? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja ganz viele tolle Harry-Potter-Schauspieler. Zum Beispiel Alan Rickman finde ich total toll. Helena Bonham Carter finde ich total toll. Jason Isaacs finde ich total toll. Und dann muss man ja auch sagen, dass die Leistung, die das Trio da geleistet hat, also über die Jahre hinweg geleistet hat, wie sie sich entwickelt hat, halt auch mega krass. Also das sind alles wahnsinnig gute Schauspieler. Und ich glaube, da kann man schlecht so einen Lieblings-Schauspieler benennen. Weil auch Robbie Coltrane heißt der, glaube ich, also der Schauspieler von Hagrid. Das ist doch Wahnsinn, was die da geleistet haben in den acht Teilen. Und auch der von hier Ralph Fiennes, der, ich meine, der hat den beschissensten Charakter abgekriegt. Oder Umbridge, ja. Eben, also und auch McGonagall, wie toll die das gemacht hat. Also ich meine, wenn wir uns die Filme angucken, ich finde, da ist, gibt es eigentlich keine Fehlbesetzung. Auch Dieter Kim Korn ist total cool. Ja, wenn du dir die so anguckst, es passt einfach. Und manchmal gibt es ja so Filme, da guckst du und denkst dir so, nee, das passt nicht. Nee, komme ich nicht rein. Aber bei Harry Potter ist das nicht so. Also, ich glaube, so einen Lieblingsschauspieler gibt es nicht. Ich finde es halt cool, weil es sind so ganz viele klassische, berühmte, britische Schauspieler, die vielleicht uns jetzt gar nicht so bekannt sind, aber in wirklichen Großbritannien Choryphäen sind auf ihrem Gebiet. Ach, Antonia. Und sind die schon bekannt, ne? Wir kennen da auch Lockhart schon. Ja, wir. Wir haben auch Mucha Do About Nothing geguckt. Aber da kannten wir Harry zuerst. Wir kannten nicht Mucha Do About. Ist ja auch egal. Antonia. Ja, es war Spaß. Ich weiß, ich habe es verstanden. Ja, jedenfalls sind da echt wahnsinnig viele gute Schauspieler vertreten. Ja. Auch so Sibyl Trelawney oder so, ne? Ja. So Underrated-Schauspieler einfach, die das, ja, die das so gut gemacht haben. Die so eine kleine Rolle haben, aber eigentlich voll die krassen Weltschauspieler sind. Ja. Ja. Fehlbesetzung finde ich manchmal schwierig, weil es in meinen Augen nicht immer so zu 100 Prozent passt. Aber ich sehe da immer super gern drüber hinweg, weil ich finde, jeder Schauspieler macht das auf seine Art und Weise super. Aber die sind halt teilweise zum Beispiel viel zu alt für ihre Rolle. So ein Snape zum Beispiel, müsste viel jünger sein. Ja, genau. Ja. Serious sind in einem Alter. Das sieht man halt einfach nicht im Film. Sowas finde ich halt manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt eine einzige Szene. Und das wundert mich, weil sonst liefert der Schauspieler von Arthur Weasley auch ab. Aber es gibt eine Szene, da kriege ich immer zu viel, wenn ich die sehe. Das ist die Szene im vierten Band im Zelt der Quidditch-Weltmeisterschaft, als die Todesser angreifen. Da kommt Arthur Weasley rein und geht zu seinen Kindern und sagt, schnell, das ist kein Spaß. Wir müssen fliehen oder sowas. Und er sagt das dermaßen emotions- und leidenschaftslos. Er sagt das, als wäre er ein Highschool-Actor, Schauspieler, der zum ersten Mal in seinem Leben auf der Bühne steht. Ich kaufe dem da weder Panik, noch Ruhe, noch irgendwas ab. Das finde ich super schlecht geschauspielert und das wundert mich total, weil sonst ist der ja super. Aber diese eine Szene, da denke ich mir immer so, hallo, ein bisschen mehr Emotions, please. Ja, wer weiß, was da am Set war und wie er sich an dem Tag gefühlt hat, ne? Verstehe ich nicht, aber ja gut. Und vielleicht gab es dann keinen neuen Take mehr. Ja. Oder es war das Beste, was er zu dem Zeitpunkt liefern konnte. Aber das ist ja eine Sache und sonst ist wirklich alles top. Ja, genau. Und man muss schon sagen, man kauft denen ja diese Zaubererwelt komplett ab, von vorne bis hinten. Und die hatten teilweise ja nicht mal die Hintergründe, sondern die hatten Greenscreens, das waren Special Effects. Du hast einen Zauberstab in der Hand und machst ein Duell, aber da passiert ja nichts. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Eben. Und allgemein finde ich, also mich zum Beispiel stört diese, also Fehlbesetzungen gibt es einfach nicht, finde ich. Und dass die Schauspieler so gecastet worden sind, da können die Schauspieler ja in erster sagen ja auch nichts für, die freuen sich einfach über den Job. Und dafür haben sie das alle wirklich fantastisch gemacht, wenn man sich das überlegt. Die Zwillinge, die George und Fred. Und auch so Nebencharaktere, die ich halt so cool finde, das ist, ich finde gerade auch Seamus zum Beispiel, ich meine klar in dem Film hat er ein bisschen eine andere Rolle noch als im Buch, aber ich finde ihn im Film halt auch so wahnsinnig unterhaltsam und cool und irgendwie witzig. Ja oder auch die maulende Myrte oder so, das sind alles so richtig coole Charaktere, die so wenig vorkommen, aber das alle so mega gut machen. Ja, also das ist schon echt ein Wahnsinnsprojekt gewesen und deshalb und weil sie das so gut gemacht haben, schätze ich auch, dass das so lange so viel Erfolg hat. Und deshalb bin ich auf dieses Remake gespannt, weil die Latte, diese Messlatte liegt so wahnsinnig hoch und du kannst es dir so verscherzen mit so vielen Fans und ich meine, wir sind super kritisch, aber du kannst es ja auch mit Leuten verscherzen, die vielleicht nicht so kritisch sind wie wir, die sich aber nicht abgeholt fühlen, weil wir sind ja alle schon abgeholt worden. Und der Hogwarts Express holt uns ab, wenn dieser Anfangsscreen kommt, wo Harry Potter und dann der Teil unten drunter steht, da sind wir ja schon dabei. Also da fängt es an und da holt es uns ab und da denke ich mir, das war so, wie willst du das, wie willst du da anknüpfen? Das toppen, ne? Tut es einfach nicht. Wir können noch 20 Jahre weiter gucken. Auf jeden Fall. Das wird auch nie zu Ende gehen und auch diese schauspielerische Leistung, die wird man nie vergessen und ich glaube eher im Gegenteil, weil inzwischen guckt man ja die Filme und es sind leider, leider ja schon einige Schauspieler auch von uns gegangen und das gibt dem Ganzen aber irgendwie noch ein besondereres Gefühl, finde ich. Ja, noch nostalgischer und es hat, ich finde, es hat irgendwie noch mehr Wert. Ja, weil die Charaktere leben weiter. Das finde ich voll schön eigentlich. Das ist so eine schöne Hinterlassenschaft. So ein krasses Vermächtnis einfach, dass du mit irgendwelchen anderen Filmen einfach nicht erreichst. Also das ist schon, und ich bin jetzt nicht qualifiziert, das zu sagen, aber ich finde, es ist ein Jahrhundertwerk. Ich finde es schön, diese Einschätzung. Ich finde es aber auch schön, dass wir gerade diese Filme so in den Himmel heben, obwohl wir sonst immer sagen, ja der Film ist voll scheiße, weil das ist scheiße und das ist scheiße und das. Aber so grundsätzlich gesehen ist es halt schon ein Meisterwerk, nur die Bücher sind halt einfach besser. Ja, genau. Fazit. Und die werden Gott sei Dank nicht umgeschrieben. Da wird was zugedichtet, aber also wenn die jetzt umgeschrieben werden, dann flippe ich ganz aus. Nein, das wird nicht passieren. Die Bücher werden uns auch immer bleiben, aber gerade diese schauspielerische, nur aufs Schauspielerische bezogen und so, da bin ich schon abgeholt. Und wie gesagt, ich gucke das auch gerne. Ich muss jetzt den zweiten gucken, ich bin ja, ich habe ja so einen geheimen Harry Potter Marathon gestartet mit mir selbst. Ich bin da nicht so marathonig durchgekommen. Ich hinke beim zweiten. Oh, okay. Da hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja, wahrscheinlich bin ich nächstes Jahr im Sommer fertig. Wir haben noch einen Kommentar von Linnea. Hi, coole Folge. Ich habe eine Idee für einen Abschluss, wenn ihr den braucht. Ihr könnt sagen Tschüssikowski, Blablakowski, Blablakowski. Eine tolle Idee. Danke für den Kommentar. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns nächstes Mal wieder bei einer neuen Schokofroschkarte. Macht's gut. Ich freue mich. Tschüss. Und jetzt geht's ab zu den Outtakes. Und ich bin Antonia. Äh, was? Wie schön für dich. Das stimmt ja gar nicht. Ups. Hast du einen Kommentar für uns? Ich dachte, du fängst an. Ach so, hab ich einen Kommentar für uns. Dann fang ich wohl an. Ja, gib mir eine Sekunde. Ich musste gerade mal eben im Fußball reingucken, weil interessanterweise spielt heute Bayern München gegen Preußen Münster. Im DFB-Pokal. Was ist das denn für ein komisches Spiel? DFB-Pokal. Bayern liegt schon 1-0 vorne, nach zwölf Minuten. Passiert. Zwölf Minuten? Mhm. War so ein bisschen mit zu rechnen, oder? Ja, Preußen ist dritte Liga. Die sind gerade erst aufgestiegen. Die sind nicht so gut. Schade. Nicht so schlimm. Aber wir sind ja eh keine Erfolgsfans. Du hast irgendwas gesagt von kein Fleisch und kein Schaf oder so. Ja, Basti achtet aktuell wieder ein bisschen auf die Ernährung. Und da ist die Regel kein Schwein, äh, doch, also nein, kein Fleisch und Schaf ist auch nicht so toll aktuell. Aber Schafen, äh, äh, oder Scharauf? Nee, Schafes Essen. Okay. Witzig. Okay. Weshalb? Oh, Schatz, ich glaub, die Katze kotzt. Wie? Weil die Ilse das doch manchmal macht. Ich glaub, ich hab's gehört. Ach so. Das war Basti. Oh, schön. Also nein, er hat nicht gekotzt, aber er hat Geräusche gemacht. Schade. Passiert auch mal. Ich bin schon ganz gaga. Ja. Okay. Supi. Schatz, bist du das oder ist das jetzt die Katze? Ich glaub, es war eine Mischung. Das ist ja ekelhaft. Weg von den Krankenzimmer. Doch, wer immer, ich kann nicht mehr lesen. Ein anderer Heiler kam um die Ecke geschlürft. Geschlürft, nehm ich an. Ach so. Ja. Das war aber bestimmt so, wie heißt das, nicht hin, also, ähm, automatische Kontrolle, weißt du? Ja, Autokorrektur. Autokorrektur. Ich wohne in der Nähe des Wiesel... Der Hahn... Der Hahnhof. Kennen wir. Ari, muss ich auch mal drüber melden? Ist ja vollkommen okay, ne? Ich weiß ja nicht, um 21.36 Uhr sollte es vielleicht klappen. Das verwirrt mich. Bei, ich zeig dir meinen Dad. Aha. Also, okay. Ich zeig ihn dir, weil ich stelle ihn dir nicht vor. Ich zeig ihn dir nur, dass da hinten ist mein Dad. Tschüss. Ich improvisiere manchmal, wie du merkst. Ja, ich merke gar nicht. Im Vorlesefluss habe ich den Eindruck, das wäre eine bessere Formulierung. Ja. Nee, das ist schon okay für mich. Sorry.